Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog auf Jana und wo ich einfach alles hochlade, was mir gerade einfällt und mir in den Sinn kommt. Leute, heute ist der 31.12.2017 und ich nehme euch heute mit, um Silvester zu feiern. Ihr seht schon, ich bin hier funkelnd und glitzernd, aber ja, ich bin nicht so ganz überzeugt. Schaut mal meine Augenbrauen. Aber das ist ja kein Problem, weil ich nämlich privat zuhause bleibe und nirgendwo hingehe. Also ich bin bei keiner Feier. Also wir machen unsere eigene Feier, sagen wir es mal so. Laura und Valerie haben Tanja, Dayo und mich eingeladen, um bei ihnen Silvester zu feiern, um so eine Art kleine Revanche zu machen für das Weihnachtsfest, das es bei mir gab. Und da bin ich heute eingeladen und wir chillen zuhause, zum Glück, weil mit diesem Make-up würde ich sowieso nirgendwo hingehen. Und meine, what's that? Für diesen besonderen Anlass, um ins neue Jahr zu starten, dachte ich mir, hole ich mir mal mein schönstes Gewand raus, um das gebührenvoll zu feiern. Ich habe natürlich Knödel auch dabei, bin gerade am Weg. Ich habe nämlich mega Angst, dass Knödel heute mega Angst vom Feuerwerk bekommt. Aber ich denke mal gemeinsam schaffen wir das, ne? Deswegen Leute, kauft nie wieder Feuerwerk, schießt kein Feuerwerk mehr. Es ist nur Schrott für die Umwelt und nicht gut für die Haustiere und auch nicht für die Wildtiere. Klingelingelingelingelingelingeling. Jana, uff! Hallo! Hallo, der erste Gast ist da, hallo! Da ist man wieder schnell, gell? Geil. Ein paar so fesche Gastgeber bis deppert. Boah, bis deppert! Alles noch rein. Schööööööön! So schön, so schön! Glaubst du, da ist so viel Glitzer. Schau, fast so viel Glitzer in meinem Gesicht. Schau, für Mama klar. Das war so fremdschaumend auf aller Heist-Liveau. Und sie hat die Kamera drauf drauf und du läst es. Hallo Tayo, begrüß meine Abonnenten. Hallo. Hallo. Wir sind gleich schon seit 15 Minuten hier. Das ist überhaupt kein Problem, Leute. Wir haben das alles im Griff. Auch für mich gibt es eine Füllung in die Wraps. Nämlich, von wo ist das Spar? Vom Spar ist das Gyrosch. Aber das geht nicht auseinander. Knödel. Nicht das. Nicht das. Das gefällt ihm aber nicht. Das da ist mein Gyrosch. Das ist für die Mädels. Und da ist das Buffet. Nom nom nom. So, jeder von uns sagt euch jetzt einen Jahresvorsatz. Und ich... Na, du musst nicht auf Hochdeutsch reden. Nur ich rede auf Hochdeutsch hier. Damit die Leute hier mich understanden. Mein Jahresvorsatz ist mehr Planung in mein YouTube Leben reinzubringen. Und nicht einfach gar kein Video zu posten. Das ist ein guter Vorsatz. Ja, das ist nicht so gut. Also mein Neujahresvorsatz ist, morgen nicht spenden. Ich weiß gar nicht, wo du einschauen musst. Eigentlich in die Kamera, aber ich weiß gar nicht. Ja, hallo. Hallo, ich bin's. Schlaue. Schlaue. Mein Neujahresvorsatz ist, mehr Komplimente machen an Menschen, die den nicht kennen oder die... Süß. Und Knödel, was ist dein Neujahresvorsatz? Mehr Essen. Mehr Essen und immer in die Wohnung pinkeln. Genau, Stuben rein werden. Stuben rein? Ähm, mein Neujahresvorsatz ist, dass ich nicht so zu bin. Ähm, ist offener werden. Dann machen sie es wirklich so. Dann gehen sie es gemeinsam so. Unser Neujahresvorsatz ist es, offener zu sein. Genau. Super, das war gleich grad schon... Ich war in das Anker-Tanit-Woran-Sie. Ich tue das Bein halt so in der Tür piep über alles, was man nicht hören soll. Haaa, ihr werdet nie erfahren, was sie gesagt hat. Das ist mal so wie beim Muppenbappen. Ja. Hey, Wally. Wirst du bei dem Lirien nicht nahrisch, wenn du oder Justin Bieber mitsinkst? Nein, es ist mittlerweile total okay. Weil wir jetzt schon lange mit diesem Thema auseinandergesetzt sind. Wir sind jetzt im Reinen. Du und der Justin sind jetzt im Reinen? Ja. Sollts jetzt wieder zusammen? Jetzt sind wir wieder zusammen. FZ. FZ. Okay, passt. Das heißt, alle im Kanar muss mehr haten. Jetzt können Sie auch gern zum haten. Sie sind endlich FZ. Fanpages. Glitzi, Flitzi, Bieber, ähm, Follow us. Jetzt könnt ihr wieder eine Reunion machen. Laura, was machen wir jetzt? Blei gießen, glaube ich. Dario hat jetzt das erste Mal in ihrem Leben Blei gießen. Hau rein. Was ist das jetzt? Das ist ein Hut. Los geht's. Los geht's. So, was ist das jetzt? Das ist ein Schiff. Alter, das ist eindeutig. Das ist aber ein Schiff mit einem Leck. Oder es ist ein Baby. Oder es ist ein Auto. Oder es ist ein Gewiss. Kommt raus, Fesseln abstreifen. Was auch immer das bedeuten soll. Wir hören jetzt Go fuck yourself in Dauerschleife. Bis das neue Jahr anfängt. Jetzt wisst ihr, was das Motto unseres Abends ist. Go fuck yourself. Es ist 10 Minuten vor 2018 und ich habe Knödel in meiner Jacke versteckt. Damit er keine Angst hat. Ich denke, das geht klar. Weil er ja sonst auch so gechillt ist. Aber ihr seht ihn jetzt ja gar nicht. Leute, nächste Tradition. Wir machen jetzt spanisches Weintrauben-Essen. Spanisches? Man muss zwölf Weintrauben bevor es Mitternacht wird in den Mund nehmen. Und zwar immer mit Sekunden mitzählen, bis der Countdown abgelaufen ist. Femm Maiie ist der Busse. A M. A M. A M. B. B. J. A M. B. 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 A M. A M. Ich hab noch Angst, was du hast. Frohes Neues! Frohes Neues! Frohes Neues! Frohes Neues! Frohes Neues! Hilfe Mama! Also Leute, recht viel Feuerwerkssicht ist es ja nicht, aber das ist mir ehrlich gesagt egal, weil es mir sowieso viel lieber wäre, wenn niemand mehr Feuerwerk abzünden würde. Aber wir hören es zumindest. Wie tausend und eine Nacht sieht es hier aus. Leute, jetzt habt ihr was verpasst, ich habe es nicht mitfühlen können. Das ganze T-Shirt hat gebrannt. Hier sieht man noch die Reste. Auf meiner Hose aufbrennt. Fast gestorben. Fast gestorben mit dem Klapp. Schaut mal, es hat da wirklich gebrannt. Auf den Schock muss die Walle erst mal einen Sternenspritzer zünden. Kann ich schau da auf dich? Woher soll ich schauen? Uuuuh! 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 Viel Spaß! Uuuuh! 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 Hey, cheers! Frohes neues Jahr 2018! Diana und Tanja gehen jetzt noch feiern. Spontan! Und der Knötzki und ich gehen jetzt schlafen. Und was sind die Laura und die Valeria? Die Gastgeber dann jetzt zusammenrahmen. Die Laura. Die dann jetzt schlafen. Ich werde daheim in meinem Bett bauten. Und weil ich wieder geschlafen habe. Ach, guten Morgen Leute! Der erste Tag im 2018 ist angebrochen. Ich habe gestern nicht mehr daran gedacht, den Vlog zu beenden. Knödel ist es übrigens gestern gut gegangen. Wir waren nur noch gestern Gassi. Wie ich nach Hause gekommen bin, so circa um halb zwei oder so. Und da sind noch immer Böller gezündet worden. Da hat er sich ab und zu schon mal geschreckt. Aber es ist ihm gut gegangen. Na Baby! Er hat auch gut geschlafen. Und der ist generell so ein ruhiger Hund. Ähm, das ihm so ziemlich alles scheißegal ist. Manche Hundebesitzer strafen ja ihre Hunde, indem sie Wasser ins Gesicht spritzen oder so. Aber er liebt es. Schatzi-Potzi. Das ist ja ein süßes Ende für den Vlog. Also Leute, ich wünsche euch ein wundervolles Jahr. Ähm, wir machen das Beste draus. Tschüss!